Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich produziere hier ein bisschen Stress in Geldern. So, dann lockt die alle hier raus, wieder mal. Zum Campen, zum Prügeln. So, komm. So, und... Tschüssikowski. So, mal gucken, wie wir Geldern vielleicht so erobern können auf diese Art. Einen nach dem anderen rauslocken. Wollen wir vielleicht Nemrov auch direkt als erstes hier rauslocken? Oder eher die Leute hier vorhanden will. Nemrov hat noch gar nicht reagiert. Okay, wenn... Nur der. Von der Entfernung. Er hat mich jetzt zweier büsch. Aber die haben noch nicht das Gefühl, dass die schon im Krieg sind. Und... Der. Der. Ja, da kommen jetzt zwei. Ich hoffe, der Schamane lässt mich in Ruhe. Okay, der ist ein bisschen heftiger. Okay, ist das doof gerade. So, noch mal. Komm, wir haben wieder einen Heilskrank eingesammelt. Wir nehmen uns einmal einen Heilskrank und... So. Nee, ich wollte auf den Bogen noch mal. Oh, der kommt jetzt auch noch in den Rock. Hinter mir ist jetzt nichts, ne? Und weg mit dem. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? Okay, ist auch nicht mehr so viel. So, versuche ich, den da anzulocken. Äh, was ist mit dem da oben? Der da kommt. Immer dieser Elitekrieger. Okay, noch einmal gut speichern. Da bist du ja wieder. Komm her! Keine Ahnung, wer jetzt kommt. Von oben auf jeden Fall jemand. Da. Ich habe den Schatten kurz gesehen. Also, ich habe den Schatten. Ähm. nice so seine waffe nehmen wir auch noch mal mit da bist du ja wieder findet er seinen weg jetzt hier runter ja da hat er ja ich bleibe stehen keine sorge du musst du mit nach draußen kommen guck mal draußen hier schön angenehm kühl bei dem wetter das war jetzt ein bisschen doof von mir und so einmal das schnabulieren und speichern speichern ich weiß jetzt nicht wie es mit gehen ist ok das wird ein bisschen das wird ein bisschen heftiger mit denen keine ahnung wo der war aber den habe ich jetzt nicht erwartet sagen wir so und mit ihm ist auch vorbei perfekt nochmal speichern weil ich jetzt angst habe vor den feuerbällen die feuerbälle machen mir am meisten sorgen so so wer bist du aber auch immer wenn ich gegen die schamanen kämpfe aber auch immer wenn ich gegen die schamanen kämpfe so den haben wir auch erledigt speichern noch einmal bevor es wieder weiter runter geht oder runter wieder reingeht meine ich da haben wir ein mächtiges problem hier sind wir gerade ein bisschen zu ne weg mit der waffe weg mit der waffe schritt damit wir brauchen nicht unbedingt feine verschwenden wir brauchen nicht unbedingt pfeile verschwenden wir brauchen nicht unbedingt pfeile verschwenden ja so finde ich geht auch in Ordnung Das hat uns gerade noch geflogen. Das gibt doch nur wieder Ärger. Steck die Waffe weg! Hörst du nicht? Steck die Waffe weg! Ganz wie du willst! Bleib stehen! Okay, ich feiere das gerade. Okay, der ging schnell hinüber. Wo ist seine Waffe? Da. Das speichere ich. Dass die auf diese Art auch noch so schnell hier rausgelockt werden können. Ich weiß jetzt nicht, wie der reagieren wird. Geh da mit! Ganz wie du willst, Mora! Yo So, ok Was ihn angeht, versuche ich mal, es ein bisschen anders zu machen Grimboi So Jetzt kommt er mit Eis, natürlich Alter, jetzt auch nur den Angriff, ernsthaft Yo Kann ich mich hier hinter verstecken Natürlich hat er sich wieder aufgeladen Ähm So Nehme ich alles mit Aber natürlich hat er sich aufgeladen Von der Gesundheit her Das gehört aber gespeichert Da oben kommt wieder einer Kann ich ihn dazu nötigen Mir hinterher zu laufen Waffe weg Weg Endlich die scheiß Waffe weg Nö Ganz wie du willst Bitte einmal mitkommen, ja Wir haben draußen was zu klären Komm Komm, ich will dir draußen was zeigen, ja Ich hab dein Geheimnis entdeckt So So Vielleicht die sich aber auch provozieren lassen Waffe weg Mö Waffe weg Nö Mitkommen Waffe weg Oder ich zieh dir das Fell über die Ohren Mitkommen Ich will dir was zeigen Du hast so gewollt Komm mit Ich will dir was zeigen Stehen bleiben Mö Ähm So Komm mit So Da ist ein Krushturach So So Krushturach Darauf Weichern noch einmal Weil jetzt will ich Einmal gucken Gibt es hier noch jemanden? Ist er froh Marius ist Noch freund Okay Gibt es hier unten jemanden? Hier unten gibt es niemanden Können wir den hier anlocken Und einmal gucken Gibt es hier sonst noch jemanden? Beziehungsweise warte mal Kann ich Ich kann noch mal 11 Heidränke herstellen Perfekt Hier ist nichts passiert Äh Nein Das wollte ich nicht Aber okay Komm Wir machen noch mal 5 Stück Aber okay Hier steht nichts Neues Hier steht nichts Neues Schade Steht hier was Neues Uninteressant Okay dann nicht Und das gehört gespeichert Da haben wir wieder einen Waffe weg Den wir provozieren können Und rauslocken Du hast es so gewollt Dum 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 Bleib stehen Mocha Bleib stehen Mocha Er kommt jetzt nicht mit der Armbrust Gut Bleib stehen Mocha Bleib stehen Mocha So So Okay Kommen da noch mehr Warte mal wir hatten ja vorher eine Stärke gemacht ne Können wir jetzt das Ding hier hochheben? Ja Jetzt sind wir stark genug dafür Perfekt Das gehört gespeichert So Das ist Orksöldner Da ist Laris Ich will mal gucken Warte mal Jared Ist Auch kein Verbindeter mehr Ich will aber Jared erst einmal noch in Ruhe lassen Also mit ihm Peratur Peratur würde ich aber auch noch im Leben lassen wollen Laris Ich habe bei den beiden eher so das Gefühl Ich habe die selber irgendwie mit irgendwas angepisst Laris Rennweg habe ich auch wahrscheinlich mit irgendwas angepisst Laris Rennweg habe ich auch wahrscheinlich mit irgendwas angepisst Weg mit der Waffe Weg mit der Waffe Ich möchte dass du mitkommst ja Weg damit Ja komm mit Ganz wie du willst Mocha Bleib stehen Mocha Was kann denn Schlaf Was kann denn Schlaf Kommst du? Oh ne jetzt ist er weg Jetzt gehörst du mir Ja Ah ich lieb's Eigentlich auf diese Art und Weise könnte man wirklich jede einzelne Stadt hier befreien Ja 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 Noch mal was puttern Gucken wir mal dass wir den nächsten auch noch anlocken Steck die Waffe weg Ich möchte dass du mitkommst Hörst du nicht steckt die Waffe weg Tut mir leid ich habe Geld im Ohr Du wirst es nicht begreifen was Ich will euren Loot Ich habe Loot im Ohr Bleib stehen Hier können wir kämpfen Ähm nochmal Jetzt Er hatte nur Geld dabei und halt sein Schwert Okay Okay So was mit dir? Hallo? Noch nicht Gehen wir da nochmal gucken So So das ist ja Laris Hier drin ist niemand Steck die Waffe weg Hörst du nicht? Steck die Waffe weg Nein ich kann dich nicht hören tut mir leid Du willst es nicht begreifen was? Oh Elite Söldner Bleib stehen Den Elite Söldner will ich gleich als nächstes machen So Vor allem aber auch auf diese Art äh Beziehen wir auch jeden einzelnen Wenn wir wirklich jeden rauslocken Ich glaube ich bin auch ein bisschen zu nah So Schäle Schild nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Können wir nochmal speichern Und Und uns den nächsten holen Und uns den nächsten Den da Weg mit der Waffe Weg damit Ja ich möchte dass du mit kommst Ja ich möchte dass du mit kommst Du hast es so gewalt Bleib stehen Ok Kommst du auch mit? Ja der kommt jetzt So Hier sind wir ungestört Ok der hat auch ein bisschen mehr Leben als die anderen So der hat eine Bartachs gehabt Sonst hat er nix Aber auch interessant so wie viele Gegner eigentlich in so einem Dorf sind Gern angreifen Komm ich nehm das alles mit So So Fisch nehmen wir auch mit Wasser Wie viel Wasser was die hier haben Das nehme ich auch nochmal mit Laris oder Das ist Laris Ok Waffe weg Ja Mach dass du weg kommst Die Waffe weg Mora Sofort Ja komm Das ist das sogar gewalt Ist dann nur noch Oben auf der Mauer müssen wir auch noch welche weg machen Weil wir untenrum hier alle erledigt haben Weil wir untenrum hier alle erledigt haben Also jetzt habe ich ihn verloren So Ich habe dich endlich So Ich hoffe er findet seinen Weg zu mir Ja Ja der hat es wieder gefunden Perfekt Was ist das für ein angriff Da Was ist das für ein angriff Oder so Ach den seltsamen Pilzen haben Genau Und den nehmen wir auch mit Warum nicht Müssten schon tausende von haben Müssten schon tausende von haben So Dich will ich auch noch sagen Waffe weg Ja Die Waffe weg Mora Sofort Du hast es so gewalt Das die Musik aber auch immer wieder pausiert Dass die Musik aber auch immer wieder pausiert So wie lange wird es eigentlich noch regnen Es ist schon sehr lange am regnen hier Jetzt und da und da ich speichere noch einmal beziehungsweise von der seite müssten wir gleich alle haben oder so für ihn habe ich ja nichts mehr das da drinne jemanden oder hier hier hatten wir schon alles geplündert die da draußen haben wir noch keine ahnung was hier passiert ist aber der tut mir leid weg mit der waffe ja gut genug weg damit ich möchte dass du mitkommst ich will dir was zeigen ganz wie du willst mora bleib stehen mora ja ich bleib stehen so noch hier entlang hier all deine freunde habe ich auch schon gezeigt und keiner von denen hat sich beschwert ok können die aber auch schlecht so ich werde den anführer des südlichen ruiden sucht warte mal gelder gescheitert das volkreich ok was haben wir hier noch die sieben alten ringe der alchemisten wenn das geheimnis des droiden runa in den droiden sucht ruck der orks du noch der faule ork mobilisiere die menschen geldern für tors grünen ich habe auf jeden fall punkte bekommen so wann es fehlt nicht einmal mehr viel für die nächste stufe und da haben wir noch einen hey steck die waffe weg weg damit du hast es so gewollt so kampmusik hatte jetzt noch nicht begonnen jetzt ist etwas still was ein interessanter bug mit der musik ah jetzt kommen sie so 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 mal gucken wo haben wir noch jemanden abgesehen jetzt von laris der herumleucht was jetzt doch dass er hier auch sofort geflögert war und jetzt hier einen von den beiden weg locken könnte auch nicht mehr oder kann ich an dem vorbei gleich und dann herunter springen und dann von der seite ein anlocken ja komm versuch es ist es so gewollt hat möchte ich sehen wie du das machst was jetzt doof wäre wenn da wieder der stein golem ist ja 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 Das hier aber Ich glaube, dass er auch ein bisschen zu viel von der KI verlangt, für damalige Verhältnisse. So, was ist mit dir? Ich möchte, dass du mitkommst. Das möchte ich sehen. Gehen wir ein paar Meter? Hier? Hier können wir kämpfen, ja? Hier darfst du mir das Fell über die Wand ziehen. Nice. Schön, immer ein Level abzubekommen. So, wir haben wieder zwölf Punkte. Mal gucken, wo wir die investieren. Das ist Gruppe 61. Das feichere ich. Das heißt, wir können die Leute jetzt auch gerne in diese Richtung rauslotsen. Nur doof, dass die Musik manchmal aufhört. Waffe weg, Mora! Gibt es nur dich hier? Waffe weg, oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Du hast es so gewollt! Ah, jetzt fängt es wieder an. Ich glaube, die Musik ist bei mir jetzt gerade ein bisschen verbatgt. Stehen bleiben, Mora! Nein, das war der falsche Weg. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da oben noch jemand ist. Der eventuell sehen könnte, dass ich hier alle kaputt haue. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da oben noch irgendjemand ist. Hier auf der Seite nicht. Da hinten sind noch welche. Hier scheint aber niemand zu sein, ne? So, dann von der Mauer müssen wir auch noch welche loswerden. Da waren nämlich noch ein paar. Bevor wir uns Nemrok da aneignen, sage ich jetzt mal. Waffe weg! Die Waffe weg, Mora! Sofort! Ja, gleich. Du hast es so gewollt! So. Ich finde es immer lustig, wie das hier aussieht. Einfach zig von Tote. Und keiner checkt was. Da würde erst irgendjemand hier was checken. Wenn ich jetzt die anquatschen würde. Und dann würde einer mir hinterherlaufen. Aber so ist noch kein Name auf rot. So. Ich gucke mal, ob hier jemand ist, der läuft. Nope. Aber alles reich gedeckt hier. Also ist nur noch der da. Ne, da ist noch einer. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht rechtzeitig bis zu mir. Ja, komm her. Ja, komm her. Okay. mal so. Ich glaube, das liegt wirklich an Zeugen. So, der ist der nächste. Ich glaube, wir können auch mittlerweile hier. Hier wird es eh keiner sehen. Na, die sehen es nicht. Die sehen es nicht und denen ist das auch egal. Der unten hat auch noch was reagiert. Die Waffe weg, Mora. Sofort. Du hast es so gewollt. Bleib stehen, Mora. Ah, ich mag das irgendwie. Das hat keiner gesehen. Also ist auch nichts passiert. So, unten gab es hier noch ein paar Orks. Und auch Söldner. Gibt es hier noch jemanden? Nope. Oder hier? Ne, den gibt es nicht mehr. Verdammt, was ist los? Der ist nur am Pennen. Okay, den lassen wir erstmal. Sonst gibt es hier jetzt keinen. Dimitar. Waffe weg. Mach, dass du weg kommst. Weg damit. Okay, Dimitar, komm. Du hast es so gewollt. Bleib stehen. Ne, einmal mitkommen, bitte. So, hier können wir schon campen. Das hat keiner gesehen. Das ist jetzt auch gar nicht okay. Okay, die Musik wundert mich ein bisschen. Waffe weg. Steck endlich die scheiß Waffe weg. So, komm. Ganz wie du willst. Ich habe jetzt nicht deinen Namen mitbekommen, aber... Wir klären das draußen hier. Bleib stehen. So. Ach, du hast nicht meinen Namen. Okay. Oh. So. Mach mal drei Ausdauer, denke. Als ob die nicht mehr besitzen. Warte, wer ist denn da hingegangen? Steck die Waffe weg. Hörst du nicht? Steck die Waffe weg. Ich möchte, dass du mitkommst, ja? Du willst es nicht begreifen, was? So, komm. Wir können auch hier drin kämpfen. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Weg mit der Waffe. Mach, dass du weg kommst. Weg damit. Mit ihm gehe ich mal in die Richtung. Geht, der hat mich jetzt einmal erwischt. Also. Ich hoffe, da kommt jetzt kein... ...niemand anderes. gut wie sieht mit ihm ausNER Ja komm, wir kämpfen draußen. Hier gibt es eh niemanden mehr, der gucken würde. So, schön diese frittige Musik wieder, aber wo ist jetzt Laris hin? Ah Laris. Ich habe ihn vermisst. Was ist eigentlich mit ihm hier geworden? Wo ist er hin? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach mir keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Äh klar, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du wieder Geld? Der hat wieder Geld, nice. Ich kann wieder Sachen verkaufen. Hier darfst du ein paar Bastardschwerter haben. Äh, vielleicht doch ein weniger. Dann diese Schwerter, diese Schwerter. Dann Assassins Messer. Ja. Dann den hier. Das hier. Ähm. Den darfst du haben. Dann eins, zwei, drei. Noch einen könnte ich nicht machen, aber hier. Das würde passen. Das würde passen. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Dreckiger Diener! Ich werde dich helfen! Äh, Jared? Okay, was Jared angeht, da werde ich vielleicht doch irgendwann kämpfen müssen. Apropos, ich kann hier mal ein bisschen Fleisch putzeln, ne? Ich hab doch ein bisschen was. Hier nochmal 11 von denen und 8 von denen. So, passt doch. Aber ich würde sagen, ich mache hier den Rest der Stadt von Geldern in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020